Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch das nächste alte Fahrzeug von Bruder, nämlich den Fendt TurboMatic 309 LS mit scharfer Frontlader. Dann packe ich ihn mal aus. Dann zeige ich euch die Funktionen des Fendt Traktors. Ich habe herausgefunden, dass man den Frontlader abmontieren kann. Und das zeige ich euch jetzt. Zuerst die Motorhaube öffnen. Unter dem Traktor sieht man die Steckverbindungen von einem Motor. Die kann man mit Hilfe vom Schraubenzieher lösen. So, die Steckverbindungen sind gelöst. Jetzt kann man den Motor herausnehmen. Und dann der Frontlader. Jetzt kann man den Motor rein montieren. Und dann kann man die Haube zumachen. Ohne den Frontlader kann man mit dem Frontbewerb Gras machen. Und wenn der Landwirt den Frontlader wieder braucht, kein Problem, man kann sich nur anmontieren. Okay, das war's für heute. Der Fendt Traktor fährt zum Bauen auf. Rץ Ja, das war's für heute. Wie geht's? Dad – Vielen Dank.